Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Maxime Ackhoff, verstehe ich schlaf nicht. Oh, das ist alles bad. Wir nehmen Flashing Arena. Unstable Rift. So, wir haben bis jetzt nur verloren, aber das ist wenigstens perfekt, weil ich habe gestern mit Toonie auch nur verloren. Ich bin dir 4.0 IP, aber morgen ist ein 24 Stunden Stream. Ab Donnerstag ist ja 24 Stunden Stream und dann ist es krass. Ja, und dann muss ich Master werden. Weil dann ist nur noch Win. Ja, ich hoffe es. Also wir werden ja Donnerstag auch, von 11 bis 1. Oh, hier, hier, hier. Das stimmt. So, Hanno, was geht? Bist du ready? Bist du glücklich? Bist du gesund? Bist du erst mal Hanno? Trau niemanden. Trau niemanden. Never trust. Okay. Sehr viele Nachrichten. Also, wir gehen Level 4 in 2.1, ne? Level 4 in 2.1. Ja. Mach ich. Wir müssen Dominanz zeigen. Ich habe nur Gold bekommen aus der Box. Riot will uns schon mal zurückhalten. Eino ist immer noch krank, Mann. So, warte mal. Stopp. Ich habe Sachen bekommen. Ich habe Renekton 2. Stark. Und Thalia. Okay. Ist doch schon mal ein guter Start. Ja. Und dann habe ich außerdem Noxus. Ja, den Swain kannst du gerne mal halten. Halten oder schicken? Halten. Also, bis jetzt haben wir mit Shurima ja die besten Ergebnisse erzielt. Ne. Okay. Aber du hast auch immer Shurima Noxus oder sowas gespielt. Spiel doch einfach nur Shurima. Ja. Einfach straightforward. Aber, aber, also. Du schickst mir Swain, ich schicke dir Thalia. Na gut. Super. Das war ja übel langsam. Eine halbe Stunde gebraucht, um den Boden zu erreichen. So. Dann muss ich jetzt den Teamplaner wegmachen. So. Ich werde jetzt hier pre-leveln, glaube ich. Gute Besserung. Sehr gut, Leute. Also, ich nehme jetzt Renekton. Die da. Dort. Nafiri, Babiri. Super. Klingt alles toll. Kein 3-Cost-Shurima-Unit. What? Okay. Ich spiele Pull-Jesus. Ich habe Thalia 2. Das ist wahrscheinlich die schlechteste 4-Cost, die man haben kann. Aber ich kombiniere das Ganze mit dem schlechtesten Multicarper. Keine deiner Wörter hat irgendeine Bedeutung. Doch. Thalia die schlechteste 4-Cost, die man haben kann. Ich meine 2-Cost. Ich meine 2-Cost. So. Okay. Ich habe jetzt AP. Leider kein Noxus-Gilte. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Ich habe richtig Bock auf Full-Jesus. Aber du hast ja gesagt, wir müssen eine mentale Änderung vornehmen. Ja, Multicaster ist actually gut. Also, wenn du Multicaster gehen willst, sag Bescheid. Habe ich noch nie gespielt. Da musst du mir wieder einen Link schicken. Ja. Aber du kannst nächste Runde dann direkt deinen Tomb of Trails einsetzen. Du hast 6 Trails und Multicaster ist perfekt diesmal. Ich bin sehr stolz auf dich. Das heißt, ich kann jetzt... Nein. Nach diesem Fight. Nach diesem... Nach diesem Fight. Du bist stolz auf mich, hast du gesagt. Ja. So, ich... Das ist korrekt. So, es geht los. Jesus, gib mir Kraft, wenn du mich wirklich liebst. Ich habe Noxus im Leben. Das muss doch reichen, oder? Ich habe Noxus, Targon, Strategist und Slayer. Dann nimm Strategist. Was? Ja, du spielst mir doch jetzt nicht hier in mein Noxus Noxus rein. Oh, sorry. Ich habe nicht verstanden, was du wolltest. Super-Strategen-Renekton. Okay. Das heißt, ich spiele dann... So. Ha! Ah, scheiße. Na gut. Soll ich dir einen Link schicken? Immer. Alter, hier ist irgendwie krasse Musik. Das ist eine Schule, wo Musik abgespielt wird. Und hier sitzen irgendwelche Katzen auf... 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 Okay. Witness your demise. Ich muss als Editor hinzufügen. Wo? I must make it count. Alexis, was ist ein Editor? So... Was ist hinzufügen? Okay. Ich habe den Link geschickt. Du lügst! Ich hasse Lügen. Da ist doch der neueste Link. Hier ist Shurima 2. Ja. Und 4 Juggernauts. Und 4 Juggernauts. So, das sagt man so nicht. Dann nimm den hier. Komm. Dann spielt er jetzt 6 Shurima. So einen hast du und hast den mir vorenthalten. Ja, weil du Strategies plus 1 hast, aber... Guck mal, das sieht doch schon viel besser aus. Du willst lieber, dass ich das andere spiele. Ich will gar nichts mehr. Doch, du willst gewinnen. Aber wir müssen ja auch als Team gewinnen. Das ist korrekt, ja. Und du musst dir ja vorstellen, du hast jetzt mit einem Rollstuhlfahrer die Auswahl. Will ich einen Berg hoch oder will ich in einen Lavasee? Ja. Okay. Jetzt entscheide dich. Ja, ich rufe Shurima 6. Ich nehm jetzt den Spatullader, den ich nie mehr trinke. Ist ja nicht mal ein Rage Spade dabei. So, das steht warm aus. Hol ich jetzt auf. Mach das. Mach das nicht. Ich... Johnny sind in Submissive Mode gegangen. Und einfach überhaupt nicht mal mehr zuhört. Sondern alles besteht. Natürlich. Diese habe ich jetzt gerade Nico bekommen. Das ist ein Portal. Champions Tier increase with the game. Also ich krieg da einfach basically Scheiße raus. Mach das. Du bist so ein Schmack, man. So, aber ich halte mich an deine Regeln. Ich gehe auf Level 6 vor den Crux. Nein. Dann 5. Gott sei Dank. Die Angst ist ein ständiger Begleiter. So. Also... Ne, ich spiele Shurima. Na. Also ich brauche ja doch dann... Ich brauche ja dann Swain. Multicaster Swain. Aber du hast ja auch Swain. Hab ich das? Wollte ich den nicht dir geschickt? Ne, du hattest noch einen. Du hast ihn gesellt? Weiß ich nicht. Aber du hast doch ein Strategist-Pyblem bekommen. Da hast du doch safe nicht Swain verkauft. Ne, Swain ist auf dem Board. Leute, ihr könnt hier nicht im Chat irgendwas schreiben, was ich jetzt hier machen muss. So geht es ja nun nicht. So geht es nicht. So, ich habe jetzt Nafiri. Nafiri ist in dem zweiten Tab drin, aber nicht im ersten Tab. Ich nehme jetzt den zweiten Tab. Tab, 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 Tab. Ich nehme jetzt den zweiten Tab. Ich habe ja einen Swain. Oh, da kann ich wieder den ersten Tab spielen. Ich tapp gleich raus. Okay. Aber ich weiß auch nicht, was ich hier genau machen werde. Sag mir lieber, was du geschickt haben willst. Swain. Okay. Das musst du mir irgendwie merken. Der Swain ist ja auf deinem Board. Ich. Ja. Oh, der Feind kommt dazu. Ich brauche Hilfe. Ich bin fast fertig. Hier sind eine Menge Puppen. Hier sind eine Menge Puppen. Hilfe. Halt noch ein bisschen durch. Ach komm. Der Ring war schon rund. Und zwei Gegner da. Ganz gemein. Zum Glück habe ich den zweiten Tab auf. Sonst würde ich hier komplett ausrasten, Alter. Aber guck mal. Also es sind noch viele Vorkosts. Ja. Aber das ist auch ganz gut, weil ich spiele dann auch eine Vorkost-Compo. Und dann können wir uns gegenseitig Sachen schicken. Wäre das nicht krass. Also schicken wir uns die Lesser Rune nicht. Doch, doch. Man darf beides schicken. Okay. So. Was ist das? Wieder ein Giant Spell. Aber das ist okay. Da kann man Warmer drauf machen. Warte mal. Ich bin ja off. Ich könnte also ein Spatula jetzt kriegen, richtig? Da kann ich nichts ausmachen. So. Was kommt da raus? Wieder Nico! Was hast du gekriegt? Auch Nico? Ich habe Karma, glaube ich, bekommen oder so. Nico-Portal. Okay. It's the only place I've been. So. So. Ruhe, ihr kleinen Nafiris. So, in 3-2 gehen wir 6. Ja. Ich bin jetzt schon 6-iger. Ist das schön. Weil ich habe eine 5. Ich habe ja 5-Windstreak. Da muss ich das doch machen. Das gibt doch Regeln. Ja, da musst du das machen, ja. Ja. Sehr gut. Du, Kai. Du, Kai durchgespielt. Also der hat einen Noxus entlebt und hat einen Mordekaiser getroffen. Ich freue mich, dass er jetzt nicht zu dir aufs Board kommt. Nö, ich bin fertig. Sehr gut. Bei mir leuchtet alles grün. Ja, du machst das, Maxim. Ich mache es schon die ganze Zeit, by the way. Ja, du bist einfach super. Kannst du das auch mal appreciaten? Ich appreciate das sehr. So. Ich habe jetzt nicht, dass er nämlich Wattler bekommt. Also Level up nehme ich nicht. Was ist What the Forge? Das nimmst du nicht. Okay. Da brichst du dir beide Hände und Füße. Ich schaue immer, Krauen. Das ist es, richtig? Ja. Brauchst du Seiju? Ich habe eine Seiju gehadet. Ich glaube nicht, nein. Ob du eine Seiju brauchst? Ich musste tatsächlich eine Sekunde nachdenken. Ich bitte um Verzeihung. Nö. Tu ich auch nicht. Ich mache jetzt eine Shurima Seijuani. So. Wir gehen jetzt auf sieben. Und dann rollen wir. Oha, Silent Galaxy hat einen Mental Breakdown. Ist okay. Ausrufezeichen Hilfe. So. Seiju habe ich sehr gerne früher Shurima gespielt. Weil sie einfach fucking Pinky ist. Ja, ja. Alles was so mit Half-Scalade ist, ist echt ganz cool. Ich finde... Also ich habe sehr viel Shurima Mordekaiser gespielt. Ich fand das auch cool. Shurima Mordekaiser habe ich auch gesehen. Habe ich auch schon gespielt. Ich hatte ihn sogar Shurima Mordekaiser auf drei, aber dann habe ich irgendwie verloren. Ja. Außerdem spiele ich hier auch Noxus. Also wenn du jetzt Morde spielst, ist das auch nicht so gut für uns, glaube ich. Ja. Aber ich habe einen Siebener Win-Raid. Das ist sehr gut. Du machst das klasse. Hm. Nafiri. Firi auf zwei. Das heißt, er ist eine größere Waffe. Ich lese das mal durch mit Darkin. So, was ist das hier? Weapon. Wo ist das mit Weapon? After casting. Summon the pack of shit. Ich finde die... Also die Beschreibung verstehe ich gar nicht. Granted in Weapons Power. Wo ist denn seine Weapon? Ja, die steht in der Spellbeschreibung. Basically macht er, wenn... Wenn er castet, macht er extra Damage. Und wenn er stirbt, macht die Unit, auf den es übertragen wird, immer wenn sie castet, extra Damage. Das heißt, dass sowas wie Cassio mit wenig Mana ist es dann natürlich sehr gut. Mhm. Hey. Aber es ist schlimm, Leute. Can you help me? I will help you soon. But you will be... In time. In time. Guck dir das an, wie ich den einfach klappe den. Ist ja gut. Lollifox. Man hat auch nicht einen Namen besorgen. Da ist ein Mordgeiser. Ja. Ich bin auf dem Weg. Du bist nie dran. Nee, natürlich nicht. Bei dir steht eine Zwei. Ja, du hast ja auch bis jetzt nie verloren und bist unsterblich. Und der Größte und Tollste. Also hab ich dir die Zwei besorgt. Du bist das Beste, was... Ja? ...der Menschheit jemals passieren konnte. Jetzt sind wir endlich mal auf einem ordentlichen Gesprächsniveau. Ja? 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 Sprich weiter. Sprich weiter. Möchtest du einen Spatula? Du möchtest einen Spatula, ne? Ich möchte auf jeden Fall keine Vibora, aber sie kamen trotzdem. So. Hast du schon mal mit Shorima Swain Kegeln gespielt? Ich glaub nicht, ne? Würde ich mich wahrscheinlich dran erinnern. Du wirst dich dran erinnern, na gut. Oh mein Gott, ich hab Cassio vergessen. Ich glaub, ich hab noch eine. Soll ich die schicken? Ja. Aber dann hab ich keine mehr. Wirklich? Naja, keine extra. So. So, ich hab jetzt sechs Shorima. Jetzt muss ich dich fragen, Johnny. Guck, da hab ich Angst. Ich hab volle HP. Der Winstreak. Volles Gold. Darf ich auf neun gehen? Wart, warum neun? Achso, wegen Shorima neun. Wegen neun Shorima. Ja, ich denk schon, ne? Cool. Guck mal, hier sind Darius, aber der wird einfach von der Cassipire totgespittet. So wie meine Opfer, wenn ich Battle rappe. Seht ihr das? Die fetteste Joani ist einfach unsterblich. Amn, jetzt komm ich zu dir. Ich helf dir. Du kriegst einfach die beschissensten Noxus-Stacks, die es gibt. Keine Eroberung hast du alleine durchgezogen. Ja, man denkst, wie war das denn wirklich bei Noxus? Und auch bei Rom. Wie lief das denn? Wie lief das römische Reich? Also, Spatula. Zwei Tier-Drei-Champion. Spatula. Okay. Wir spatulieren. Wir spatulieren. Ich spatuliere, du spatulierst. Wir spatulieren. Wir spatulaten. Wir spatulaten. Spatulatius. Warte, mir fehlt Noxus. Nein. Hä? Ach, wegen Swain. Der alte Stratege. Klug. Swain klug. Macht Strategie eigentlich überhaupt noch was? Field. In the first two rolls. Okay, jetzt spiel ich gegen den Besten. Und er spielt gegen mich. Oh mein Gott. Das Duell der Götter. Das Duell der Jesus Christ's Komplettanbeter. So, er hat schon mal sich für Sona 2 entschieden, die meiner Backline unfassbar viel Mana spendet. Und er macht den Johnny. Das ist halt natürlich sehr, sehr schwierig. Er kämpft nicht alleine. Er holt einen Darius Level 4000 dazu. Meine Casio denkt sich, I'm alone. Enthauptet. 9-0-Win-Streak. Gone. Und die Leute schreiben, hey, Martin, kein Teamplayer. Ey, warum hast du mir denn jetzt nicht geholfen? Ich schick dir gleich einen Renekton ein. So, brauchst du Silko? Nee. Hätte ich dabei. Soll ich jetzt auf 7 runterrollen eigentlich? Um zu stabilisieren? Nee. Weil ich hab keinen Carry. Nö, ich geh auf 9. Wir gehen 9. Okay. Wisst ihr, Johnny ändert jetzt auch seinen Satzbau. Er sagt jetzt, wir gehen 9. Ja, aber du bist jetzt ein Human Being für mich. Ich bin die ganze Zeit 1. In dieser Runde. Du bist ja der Anker. Ich bin der Anker. Du bist der Anker auf meinem Kartoffelfeld, was ich bestellen will. Bruder, das ist die fünfte Fiora und die dritte Nico, die aus jedem Drecksportal rauskommt. Willst du vielleicht was Nettes sagen, Maxim? Ich mag dich. Aber ich krieg hier auch Probleme. Aber sag mal was Netteres. Ich mag dich doll. Du hast irgendwas für mich. Okay. Jetzt hab ich erst verstanden. Hallo Asia! So, ich muss dann irgendwann die Casio später holen. Aber das machen wir jetzt nicht. Soll ich Giant Slayer spielen? Auf wen jetzt? Ja, oder? Auf Asia? Ja. Müsste ich bei den ganzen Idioten, oder? Ja, die sind alle übelst groß. Ja, kannst du machen. Aber Neshos, nee, nee, nee. Hier, Neshos Tuf kannst du ja wieder bauen. Oh, das ist ja ein Giant Slayer drauf. Das ist einfach noch komisch. Das versteht ja keine Sau. Wait, das war ja gar nicht mein Model. Ich bin voll zufrieden. So, oh, mein Model macht ja doch damage. Ich falle ja gar nichts. Also hier ist gerade ein riesiges Schiff in meine 12.000 Leute gekommen. Und ich glaube, ich kämpfe gar gegen drei Teams, actually. Also zwei Teams und ein Target. Und davon sind, ich kämpfe alleine schon gegen viele Puppen. Das heißt, jemand hat nicht mal die Puppen getötet. Das ist korrekt, ja. Okay, Leute. Wenn ich mir jetzt das vorstelle, alle Noxus-Units haben einen Slayer. Brauchst du Nila? Und dann spiele ich noch zwei Slayer. Und dann noch einen Slayer. Wäre doch gut. Johnny, brauchst du Nila? Brauchst du Xaya? Oh, oder ich nehme das. Johnny! Ich kann hier Units checken! Ich brauche nur Mordekaiser. Die habe ich nicht. Na gut. So, ich habe einfach sechs Shurima, fünf Strategien. Meine Leute sind super klug. Aber ihr müsst doch die anderen mal umbringen. Ein Team sieht aus wie Scheiße. Ob er das Schlimme ist, es denkt, es ist gut. Ich habe einfach keinen Frontliner. Das ist einfach ein... Es ist schlimm. Oh ja, schön Thalia. Wirf ihn einfach für drei Tage hoch. Okay, ich habe Schmerzen. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe Schmerzen, seit ich geboren wurde. Das ist... I can't believe it. Ich habe Stars Erborn genommen und in 4-3 habe ich endlich meinen ersten Swang gehittet, den ich da mitnehmen wollte. Das ist ein großartiger Moment für uns alle. Okay. Gehe ich jetzt immer noch auf 9, Johnny? Was machst du denn? Dann gehe ich immer noch auf 9. Ich würde sagen, wir probieren hier 9, oder? Also... Okay. Ich brauche aber dann irgendwann eine Casio. Okay, ja. Ich habe noch eine übrig. Ne, habe ich nicht. Das ist deine. Na gut. Ja, schön. Das macht mich jetzt natürlich traurig. Das kann ich nachvollziehen leider. Frontline selber raus. Pappe! Oder der Bildsporter Jarvan hat aber jetzt wirklich viele Kanonen da drüber. Also von mir kommen leider nur die E-Jugend. MF! Hallo! Das schafft ihr! Ja! Oh! Oh! Das war wirklich einfach meine komplette E-Jugend. Da sind so Kinder drin. Ja, 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 ja. Graves 1. Ich fände eine komplette E-Jugend. So. Tests are terrible. Also. Ich brauche MR. MR wäre gut. Am all right? Ja, du bleibst schön AFK, Manu. Nee! Das war ich, oder? Boah. Zum Glück ist der so übel. Okay, wie löse ich das jetzt auf, Leute? Ich muss auf... Ich löse mich auch gleich auf, ey. Also ihr zwei, du bist jetzt endlich willkommen. Das ist die neunte Fiora aus dem Portal! Was ist denn die neunte? Die andere steht noch da! Schwierig. Was ist das? Flashing Arena. Twice per stage, you get a Fiora for free! Hä? Oh! Was brauchst du aktuell noch so? Das war aber auch Spell-Crit. Und Nasus brauche ich. Nasus. Geld. Und dann... Der, den brauche ich eigentlich noch. Ja, Nasus und Casio. Das müsste ich dann hinhauen. Und Cassante brauche ich auch noch. So. Die Titanic ist gerade auf mein Board gekommen. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Der ist auf dem Kreuz. Ja, ist okay. Sie sind schon mal nicht letzter. Ja, und wir sind ja beide auf dem Weg Richtung 9, ne? Also... Wie du sagst, wir dürfen jetzt auch verlieren. Naja, wir sind zumindest am Greeden, oder? Ja. Soll ich noch... Soll ich Infinity Edge auf Dings slammen? Muss ich langsam, oder? Wer ist Dings? Asia. Ja. Boah, nee. Also jetzt sind 5 1 sind ja Items. Also jetzt zu slam für einen Fight, das glaube ich... Cool. Ich habe das Gefühl, 5 Strategist gibt den Gegnern 30 AP oder so, ne? Ich habe überhaupt gar nicht das Gefühl, dass da ein 900er Schild raus ist. Ja. Aber das müsste doch Javan jetzt doppelte HP haben. Der kriegt nur die Hälfte. Naja, es steht schon, wenn du draufklickst, dann... Also der hat an dem Moment 2.000 HP steht da, also. Er ist jetzt fein. Hm. Ist so sad, dass mein Mord einfach von der Cassio 2 gekillt werden kann, als wäre das eine Unit. I don't get it. Ja, ich fühl mich auch unwohl. Hat der irgendwas mit den Dummies? Warum stehen die bei ihm? Das Problem ist, du brauchst ja dann Cassanten, ne? Und ich brauch sein. Also wir müssen ja auch noch was hitten. So. So, mach ich das jetzt hier mal. Okay. Also, ich brauch jetzt... Cassio Kessante, richtig? Das ist das Einzige, was wir noch rollen. Wir müssen quasi für die krasseste Shurima und für die beschissenste Shurima-Unit rollen. Und wir... Äh, wir kriegen diesmal keine... Okay. Also es geht auf 9. Okay, ich geh auch auf meinen. Dann brauchen wir... Cassante hab ich. Brauchst du noch Asir? Ne. Ich brauch nur noch Cassio jetzt. Zwei Cassantes? Ich hätte noch ein Cassante für dich. Ja... Mh... Mir fehlt halt leider ein Scyon. Also wenn du mir einen Scyon besorgen könntest, wäre das super. Ich hab einen Scyon. Ich hab einen Scyon. Ich hab den jetzt nur in meinem eigenen Team drinne. Ja. Aber... Ich würd dir... Also ein Scyon wär super. Ja. Weißt, was noch super wär? Pfff... Freunde. Freunde. Ja, das auch. Ach du Scheiße. Ich kann dir was schicken. Ich kann dir was schicken, aber ich kann dir nichts schicken. Warte. Ja, ich kann dir Thieves Glows schicken. Ja, dann gib mir das. Ist aber ein absolutes Desaster für uns, weil da leider nur Sachen waren, die 30 Gold kosten. Ich schick dir Cassante, ne? Ja, mach jetzt. Schickst du mir Scyon? Ja, aber dann hab ich keine Unit da drinne. Aber mach ich jetzt einfach mal. Ja, aber kannst du nicht eine andere Unit spielen? Gar kein Geld. Ich habe legit gar kein Geld. Ich brauch nur noch eine Cassio. Ja. Wir müssen halt jetzt auf Level 9 für Cassio rollen, ne? Ist halt schon Ass. So, aber Cassante 2 macht nichts ja hoffentlich. Ne, ich verliere auch Johnny. Ich verliere leider gegen den Morde. Ich gewinne. Man muss schon übereilen. Mach ich. Also hier müde. Hast du der TF? Ich bin der Morde. Welcher Morde? Das war irgendwo ein Morde. Ich schicke dir Steve Gloves oder einen Remover? Wenn ich dir einen Remover schicke, kann ich rollen. Ja, ich roll für dich. Gib mir einen Steve Gloves. Okay. Boah, das auf eine Cassio 1 zu hoffen, ist halt schon ein Gegeter. Aber Johnny hat auch nur die Cassio heulen. Vor allem hast du mir die geschickt vor 1000 Jahren, ne? Ja. Das ist auch noch die Verschenkte. Boah, das ist so sad. Ich kann da nicht lange drauf gucken, ohne zu heulen. Ja. Also ich habe noch einen Cassante, aber der hilft dir auch nicht. Boah, Cassio aus dem Karussell für dich und dann Winning, maybe? Ich kriege jetzt mal die Sergio nach Spanien. Oh, die haben alle Qs. Ja. Mein Morde Noxus 9 2 Star wurde gerade clean gewonetippt. Ja, das macht TF oder so, ne? Naja. Ja, die meinten, die haben Multicaster verändert, aber ich glaube, das ist jetzt einfach dead. Also dead sieht der an. Also dead im Sinne von für dich OP. Also quasi anti-dead. Anti-dead, alive basically. Ja, ich habe jetzt keine Cassio hier gesehen. Ich leider auch nicht. Also gegen was habe ich jetzt verloren? Gegen das? Ja, ist einfach... Multicaster 4. Und das One-Shotter einfach alles, okay. Ne, is good to know. Wenn ich heute nochmal Dritter werde, ne? Ja, wir werden auch nochmal Dritter. What can we do? Sie ist total. Wenn er an eine Cassio rauskommen könnte. Es kamen zwei für Joas raus. Ne. Ist nicht. Ne Menge Cassandes gerollt. Das ist auf jeden Fall. Und noch eine Java. Na, oh. Warum geht's ja hier jetzt nicht mehr. Hast du was für mich? Dein Boss sieht auch cursed aus, ey. Mein Boss ist auch cursed. So. Obwohl der Nasus steht. Perfekt. Mach es gut. Viel Spaß in Kickhausen, Bruder. And another one. And another one. Hier kommt schon die Enemy-Verstärkung. Ja, mir geht's noch gut. Also, ich gewinne. Ich kick den jetzt. Das heißt, wir müssen den noch... Oh, Moment. Also, ich hab den getötet. Okay. Ja, ich bin gestorben. Aber ich hatte auch... Das heißt? Ja, wir haben jetzt... Das heißt, niemand ist gestorben. Ich tilte. Aber Maximus war doch niemand auf 1 HP. Man saft ja immer auf. Ja, das dachte ich zuerst. Ich dachte, dass die schon auf 1 HP waren. Weil jetzt dürfen wir gegen Jesus und gegen fucking Christ ran. Nee, ich fighte gegen die anderen. Das heißt, ich muss die anderen einfach... ...so schnell killen. Das ist zählt, ne? Ich hab zweimal Nasus 1 dran. Das will ich noch mal zu sagen. Scheiße. Das ist ärgerlich. Aber ist ein Belief-Engel. Oh, ich hab meinen Morde in die Backline bekommen. Der hat einen Piraten gewonnen, tappt. Cassante ist Volleyball-Spieler, aber... Ich hab's ihn. Ich hab's nicht. Ich komme. Nein! Aber wir sind Zweiter! Wir sind Zweiter! Ja! Oh mein Gott! Oh, das war so beschissen. Und wie viel krieg ich jetzt? Fünf LP? Sechs? Sieben? Also ich... 23! Ich wurde promoted. Dann brauch ich ja nur 15, 20 Games beim 24-Stunden-Stream, bis ich Master bin. 20 Wins? Ja. Also richtige Wins? Nee, zweite Plätze. Ey, super! Leute, schaut doch bei Maxim vorbei, ne? Lohnt sich. Äh, und Donnerstag 24-Stunden-Stream. Das unschaffbare schaffbar machen. Peace.